ja wie gesagt ich habe vorhin noch mein vlog gedreht und jetzt kommt noch unsere primark haul wir waren gerade bei primark und ich hoffe mein vlog hat euch gefallen und jetzt wünsche ich euch viel spaß mit unserem primark haul ich zeige euch jetzt wir haben drei volle tüten drei volle tüten geholt war alles im seel was wir gekauft haben nur seel sachen ja ich bin eben schnäppchenjägerin und mein mann hat sich solche er mag doch sehr gerne willst du deinen zeigen ok mein mann hat sich diese overalls wie pikachu er hat schon eine von pokemon diese gelben und jetzt hat er sich noch zwei geholt einmal für die bruna wollte sie haben das ist zahn zahncreme von paw patrol für 1 euro 15 kannst du es dann zeigen so so der einmal für bruna dann zeigen wir das von papa das von papa ja ja ich fand die sehr schön das ist so ein overall mit ja das ist guffi ich fand die sehr süß das ist größer s xss mein mann ist ja schlank und er da war noch m und l aber der war viel zu groß für ihn und ja anstatt moment ich zeige euch jetzt den preis so anstatt 20 euro hat er plus 10 gekostet und da mein mann jetzt gerade auf videos macht für ihren kanal mein mann hat ein eigenes kanal jetzt mit meiner tochter die beatrice aber da wird portugiesisch gesprochen falls ihr interesse habt könnt ihr gerne auch vorbeischauen ich werde euch da oben oder hier bei den e verlinken und da zieht mein mann immer zum spielen solche overalls an dann hat sich bruna die auch ausgesucht zeigst du ja kannst du auf deutsch sprechen deutsch nein dann der das ist von unikon unikon schaut mal dies das ist große 5 6 jahre kann sie jetzt noch tragen bevor es warm wird weil wir haben ja noch februar und er hat anstatt 14 nur 7 euro gekostet 7 euro und hier noch habe ich gar nicht gesehen hat sie mir gerade erzählt das ist noch fliegen zum fliegen ja auch sehr schön ja wollte sie unbedingt haben weil die schwester und papa auch eins hatten warte mal ich zeige jetzt von papa noch der andere wenn ich es schaffe wo ist der andere da der andere von papa also jetzt von beatrice da war das der der war der einzige die ich reduziert war aber mein mann hat die gleiche und wollte beatrice zum filmen für den kanal auch die gleiche haben wie papa und das war die einzige das ist die größe 10 11 jahre 10 11 jahre und der waffe 15 euro mit pikachu mal weiter mal pikachu und hier steht irgendwas bei meinem mann ist die ein pikachu drauf und ja und die auch das gleiche wie bei meinem mann das war der einzige nicht reduziert war für die beatrice dann ist auch moment ich zeige erst mal den overall von meinem mann noch da war noch dieser drache der drache auch sehr schön und anstatt ja anstatt 18 euro hat er plus 10 auch gekostet deshalb hat mein mann gleich zwei mitgenommen xss und er ist ja schlau und schaut mal hier noch ja das mein mann eben so was kitschiges er nimmt das zum schlafen oder zu zu filmen jetzt aber er sieht das gerne wenn er schläft zum einschlafen meine ich musst du warten jetzt musst du warten jetzt wollte ich noch von für beatrice was zeigen und zwar das ist x2 x xs das ist größte 2 32 34 für die beatrice der war anstatt 16 euro hat er plus 3 euro gekostet und dazu hat sie noch hier so was gekriegt so eine leggings eben mit dieser knöpfe auch zu 3 euro anstatt 11 auch in derselbe große hier steht zwar 34 36 aber ich glaube das ist sehr klein das passt ihr bestimmt ja auch sehr schön und sie hat sich dasselbe ausgesucht diese sehr schön kann sie noch tragen jetzt bis april oder so ist noch warm bei uns und bei ja überall ne und dann äh eine tüte ist leer dann haben wir noch dann habe ich noch schlüpfe für mich gekauft ich kann euch eins zeigen sagen ich bin nicht jeder trägt das jeweils zu 50 cent ich habe verschiedenes zu 50 centern geholt für mich und dann habe ich noch so eine süße ring ach so die waren weiß ich nicht die kosten bestimmt um die zwei euro oder so weil da war nichts da waren einzelteile und ein drink für mich anstatt 150 war 50 cent auch sehr schön ich zeige euch gleich wie der aussieht ich zeige euch gleich wie der aussieht ich fand ihn sehr schön ja sehr schön finde ich den so dann zweimal reinigungsdücher einmal mit gurken zwei packungen anstatt 150 50 cent 50 cent zwei packungen musste ich zuschlagen ich hätte mehr mitnehmen sollen aber erstmal reicht das und da steht welcher geschmack oder duft da bei denen steht pro vitamin steht da auch zu 50 cent zwei stück ja dann ist die tüte auch fast leer kannst du zeigen die das für die beartigte wollte sie haben da jetzt noch mal welche geklebt hat wollte sie die auch haben da sieht kann ich keine hier fingernägel 25 sind drin und von mini und er hat bloß 1 euro anstatt 4 euro 50 sehr schön kann man sich ja so zeigen noch sehr schön finde ich die dann die letzte tüte noch die letzte tüte noch und ja wir zeigen jetzt noch mein mann hat sich auch was geholt einmal zwei solche langarm shirt in schwarz xs ist ja schmal anstatt 5 euro haben die bloß 1 euro gekostet er hat sich aber zwei geholt glaube ich ja zwei stück anstatt 10 euro haben die beide 2 euro gekostet ja ich liebe sowas solche schnäppchen so dann hat sich manchmal noch drei t-shirts weitere t-shirts mitgenommen mitgenommen der war normalerweise hätte der das s da sieht ich keine wer brauche ich eine wäsche oder eine kamera anstatt er hat 10 euro gekostet und er hat 1 euro gekostet in der größe s und ich fand er musste sehr schön mit so einer gorilla ja monkey das ist so dunkelblau so hellblau ich meine hellblau sieht aus in der kamera grau aber ist hellblau dann noch hier so eine solche muster muss man noch bügeln und waschen sowieso ne anstatt 9 euro auch in der größe das ist xs 1 euro auch dann noch eins in s die finde ich auch sehr schön hier mit dieser mit dieser stempel und diese ärmel diese ärmel auch bisschen lang aber ich fand die sehr schön er trägt sowas gerne und für 1 euro kann man nichts sagen normal preis wäre 9 euro auch ja willst du jetzt noch was zeigen deine schnäppchen ja das war ein schnäppchen sie ist zwar schon fünf aber bruna ist ja schmal und deshalb haben wir von girls wie heißen die schlupfer von trolley von trolls fünf stück oder fünf stück für 2 euro in der größe 104 3-4 jahre sie ist ja schmal ich kann euch jetzt kurz was zeigen so sehen die aus verschiedene farben sehr schön und die ist so regenbogen so verschiedene farben auch schön schaut mal ja ich fand die sehr schön mit dieser muster ja die brauchst du nicht gar nicht alle zeigen brauchst du nicht willst du ok dann zeig die sieht aber keiner musst du so in gelb noch sehr schön jetzt für frühling ja willst du noch die anderen zwei zeigen ja kann man auch gleich waschen ja schön schaut mal diese schöne blaue ja schön he he und jetzt die rosa auch sehr schön versteckt das ach sehr schön ne ja sie liebt sowas ne jetzt fünf stück jetzt und dann haben wir noch für die schwester so ich wollte die für mich haben aber da war meine größe nicht anstatt 10 euro 5 euro gekostet 32 34 mit bell das ist diese schöne tasse von bell aber ich fand die so schön zum schlafen und diese schleife hier noch sehr schön finde ich die schaut mal der muster sehr schön und hier noch sehr schön dann noch einmal für mich einmal für beatrice noch pushen oder hausschuhe anstatt anstatt 2,50 haben die 1 euro gekostet für mich größe 39 34 mit stopfer hier diese dinge sehr schön und für beatrice mit 1 euro was auch sonst anstatt 5 euro 2 euro 36 38 aber die waren so knuffig da und schaut mal diese ärztchen schön und zum schluss ne noch zwei sachen einmal für die mama nagelfeile von mini 50 centern statt 1,15 euro und zum schluss noch so eine wirst du zeigen ja für beatrice ne so eine schöne hucksack anstatt 10 hat er auch 5 euro gekostet auch sehr schön so ein mädchen mit diesen bäumen hätte ich auch für mich mitgenommen aber wollte beatrice haben ja sehr schön oder was sagt ihr sehr schön ne ich fand die sehr schön ja meine lieben ich hoffe mein primer call hat euch gefallen und ja wir würden uns sehr über feedback freuen und ihr könnt ihr könnt uns auch kostenlos abonnieren und ja ich wünsche euch eine schöne woche und ich sage bis dann und machs gut tschau tschau